Ich bin Christina Kufner. Ich bin Schauspielerin und Musikerin. Ich bin in Würzburg geboren, in Würzburg aufgewachsen, war da mit fünf das erste Mal auf der Bühne gestanden, habe immer wahnsinnig viel Theater gespielt, habe aber auch immer viel Musik gemacht nebenbei, habe mit drei angefangen Klavier zu spielen, hatte 18 Jahre Klavierunterricht, habe eine klassische Gesangsausbildung, wollte eigentlich Musik studieren, bin aber dann durch eine Schauspielerin zum Schauspiel gekommen, habe dann nach dem Abi beschlossen, ich studiere Schauspiel, habe viel vorgesprochen, bin dann in Berlin angenommen worden und habe jetzt hier in Berlin vier Jahre Schauspiel studiert. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020